Ja, willkommen zurück bei der nächsten Folge von SOMA. Äh, wir stehen jetzt hier vor der Tür und wollen diesen tollen Hebel betätigen. Schauen wir mal, dass alles funktioniert. Okay, er klemmt oder so. Oder ist... Ich glaub, der klemmt irgendwie. Achso. Was jetzt? Aha. Okay, und jetzt? Hebel klemmt immer noch. Ich muss jetzt wieder rein oder was? Achso, jetzt... Jetzt können wir den hier ziehen. Aha. Ich würd' sagen, die Tür öffnet sich. Ist auch grad ein bisschen Angst. Öh. Das nimm ich mal ein Tor. Und dass das hier wasserdicht sein soll. Und denn, wir sind drin. Dann drücken wir mal das nächste Türchen. Oder so. Zugriff gewährt. Aha. Zug geht schneller als auf. Okay. Jetzt wird Wasser abgepumpt. Boah. Wenn man sich vorstellt, das wäre echt. Das würde ja ewig dauern, bis der Raum leer wäre. Aber hier könnte es einfach rumzucken. Um uns herum befinden sich ja noch ein paar tausend Tonnen Liter Wasser. Und trotzdem... ... sind wir jetzt im Trocknen. So, und jetzt? Oh. Die Tür öffnet sie. Oh, man. Ist schön groß und übersichtlich. Find ich gut. Aha. Cool. Machen wir ein bisschen Krach. Jemand da? Jemand da? Hallo? Oh, hier steht ein Computer. Verdammt! Ich bin wütend! Ich bin wütend! Nein. Ha! Ist das da? Du bist hier? Wir sind hier! Okay, great. Time to hijackern uns als Submarine. Ich bin wütend! Ich bin wütend, wenn wir die Dumbat. oder virtuale Realität? Nein, natürlich nicht. Es ist wie reale Leben. Aber etwas besser. Pflanzige Temperatur, künstlerische Luft, gutes Wetter. Also Leute in der ARK gehen einfach, dass es das reale Welt ist? Du musst nicht sagen, dass es perfekt immerzhaft ist. Und es kann sich nicht behaupten. Ja! Mit einem Probe, mit dem Solar-Panellen, kann es über 1000 Jahre lang überleben. Das ist unglaublich. Ich denke, dass es die Erde ist, wie es ist. Und wir, zu retten, um die finalen Gelegenheit zu retten. Es ist... Es ist... Hüroisch. At least fühlt sich wert. Hier geht's. Der Dunbat! Ah, verdammt. Ich wusste, dass es zu gut sein ist. Was ist falsch? Es ist... Es ist quarantiniert. Wir brauchen eine Sicherheit. Wie schlecht ist es? Oh, cool. Oh, cool. Du kannst doch nicht einfach Türen aufmachen. Find jemanden, der die Cypher kennt. Es ist der einzige Weg, um den Dunbat zu retten. Find jemanden, der die die Sicherheitscypher kennt. Oh. Computer sind da an. Schau mal hier. Gehst du mir aus dem Weg? Erste... Ah, ja, ja. So. Standortstatus. Alle Systeme... Betriebsbereit. Hülle... intakt. Panzerung intakt. Lebenserhaltung. Luft sauber. Mittel. Temperatur 13 Grad. Druck 2000 bar. Okay. Chaote. Hauptebene. Aha. Hoch ist ja gar nicht so groß. Äh. 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 Wir sind neu. Vermisst, verstorben, vermisst, verstorben. Disponent... Na, ein Paar Leben noch... ...gestern haben wir auch ein Paar, sehr schön. Aha. Aha... Westen-B Reich, Marokko... ...Spanien... Jetzt weiß ich, wo wir uns übrigens ungefähr befinden, im nördlichen Atlantik. Schön. Status für irgendwas. Alles leuchtet rot. Klingt gut. Wie sieht's denn mit einer Waffe aus? Hm, da will ich noch nicht rein. Da will ich noch nicht rein. Hm, hier will ich auch immer noch nicht rein. Oh, super. Hm. Hups. Was haben wir denn hier? Achso, da ist bestimmt der Supo drin, okay. Joa, dann, äh, gehen wir einfach mal den Weg hier. Oh, wieder was zum Anfassen. Blink. Leucht. Mir geht's gut. Hups. I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's, I, I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay. I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Aha. Ich würd mal sagen, es funktioniert auf jeden Fall wie ne Droge. Haha. Oh, ach, Bohrmaschinen. Super Waffen. Oh, hier ist schön dunkel. Das gefällt mir. Oh mein Gott. Was war denn das zu helle? Ah. Nur Panik machen. Was ist so interessant da draußen? Just Labs und Offices. Vielleicht die Shuttle Station. Should we go check? Rather not. Ich hab mir ein Gefühl über das. Meine Herr. Jetzt wird's gruselig. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was bitte ist an diesem Spiel gruselig? Außer der Typ, den man nicht anschauen darf. Jetzt weiß ich's. Blinkenlichter. Hier war mal ein Aufzug. Vielleicht wollten sie sich nahe zu der Shuttle Station, in case etwas falsch geht. Oh, was ist denn das bitte? Hier sind die Räume aus irgendeinem Grund versiegelt? Oh man, das ist mir zu dunkel. Ich mach hier keine einzige Tür mehr auf. Ist ja alles dunkel hier drin. Da ist wieder was zum Berühren. Ich berühr's einfach mal. Ich fühl mich danach besser. Ups. Ah, da ist Licht. Oh, oh. Schön. Schön, schön, schön. Sehr gut. Da sind ein paar Monster. Herrlich. Oh mein Gott. Ich sperr mich ein. Oh, man kann hier jetzt sogar dichter machen. Ah, schön. Ich nehm den Schraubenzieher mit. Wäääää. Attacke. Na gut. Oh, das find ich grad alles sehr schrecklich hier. Oh, sie ist wohl fit gewesen Was sind wir denn hier? Herr Sarang, die Firma freut sich von erfolgreicher Bemühungen zu hören, die Präsenz der Wow auf der gesamten Station auszuweiten. Wir vertrauen darauf, dass Sie die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit zu schätzen wissen und dass Sie alles in Ihr ferner Macht stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen Sie dafür sorgen, dass Dr. John Ross die Wow von Alpha aus ohne Störungen von Außen steuern und studieren kann. Im Notfall können Sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia und bei Omikron wenden. Bitte versuchen Sie aber extreme Aktionen zu vermeiden. Die Wow ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf eine stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen. Aha, der Aufsichtsrat. Schön. Oh, noch ein Zettel. Wenn ihr das lest, werde ich die Ark betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenen Scannen aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen ein Kaugummi mit Zy... na... ...Östianitsalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss des Gans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern. Denn ich habe den Sieg davon getragen. Ich rate euch allen es mir gleich zu tun und euch mit mir auf der Ark zu gesellen. Aha. Kein Bock. Habe ich das Gefühl, die Räume werden immer dunkler. Ah, Gott sei Dank. Alles wird gut. Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sachen und die Kontinuität. Super. Ich habe keinen Bock auf ein Monster. Kann man den nicht irgendwie abschalten oder so? Ah. Kein Strom oder was? Ich gehe mal zurück. Das Monster hat sich ja irgendwo hier in diesen Räumlichkeiten, glaube ich, bewegt. Aber hier geht es runter. Wer schreit denn hier so rum? Wir können doch alle leise miteinander reden. Oh mein Gott. Da ist irgendwas. Das Geräusch kam, glaube ich, aus der Richtung. Wir öffnen nicht mehr die Tür. Oh mein Gott. Ich mache es wieder zu. Wir öffnen mal hier die Tür. Oh mein Gott. Was haben wir hier drin? Hm. Nur eine Sackgasse. Hier können wir uns nachher verstecken, wenn da irgendwas kommt. Das finde ich gut. Wir gehen jetzt mal hier durch. Hm. Hey. Du. Oh, du siehst schon etwas alt aus. Ich glaube, hier gibt es nichts für uns zu tun. Och jo, dann gehen wir hier rechts. Da, wo das ätzende Geräusch herkam. Oh Gott. Leckt mich am Arsch. Oh mein Gott. Puh. Ich glaube, das war da. Man hört's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte komm nicht hier rein. Aber wenn doch, will ich dich angucken können. Ich hasse euch. Es kommt hier her. Ich seh's. Super. Ja, komm nur her. Ich bin bereit. Komm schon. Komm schon. Nein, bleib weg. Vielleicht ist es ja lieb. Ich glaub nicht. Scheiße, Mann. Toll. Jetzt stehen wir hier in dem scheiß Raum und auf der anderen Seite ist irgendein Monster. Und ich weiß nicht, wie ich dran vorbeikomme. Oh Gott, es kommt. Ich glaube, er ist krank. Er hustet viel. Ich kann doch nicht jetzt hier ewig warten. Ich glaub, der geht nicht weg. Ich glaub, der geht nicht weg. Was machen wir denn da jetzt? Ausgehen und losrennen, oder? Jedes Ding kotzt die ganze Zeit, glaub ich. Oh Gott. Ja, wir warten, bis dieses Verzerrte weg ist, weil das ist meine Vermutung, wo der Moment ist, wo das Vieh am weitesten weg ist. Und je mehr es verzehrt, desto eher ist er bei uns. Wir rennen einfach nach oben. Das ist, glaub ich, das Einzige, was jetzt Sinn macht. Aber es geht nicht weg. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ich komm doch niemals an dem Vieh vorbei. Tjo. Es bleibt nur übrig. Ich will's wenigstens ziehen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ah, da. Aha. Es sieht eigentlich nicht so aus, als wenn's irgendwas könnte. Es hat ja nicht mal Arme. Aber kotzen kannst, glaub ich. Hier siehst du hässlich aus. Schaut euch das mal an. Bäh. Pfui, bist du scheiße. Dann suche ich mir jetzt einen anderen Weg. Nee, ich suche mir einen anderen Weg. Wieso hör ich dich hier um? Aber da hinten war ja auch so ein Mistvieh. Oder? Können die hier dann gehen? Können wir hier dann gehen? Ich verstehe, dass es so gut ist. Okay. Aha, okay. Okay. Für so ein bisschen Text muss der Computer war ziemlich viel lahm. Was? Machi? War das nicht der Doktor? Was ist das? Warum hast du einen von mir? Du bist ein von Dr. Munchi's Templates. Ein Legasyscan. Was ist ein Legasyscan? Es sind historische Templates für AI-Konstruktion. Ein einzelner Enginheuer nicht mehr benutzt Legasys, aber sie sind dankbar. Sie kommen mit jeder Entwicklung-Kette. Also, mein Gehirn-Scan ist ein Template für Artificial Intelligence. Du bist sehr stolz. So viel für diese Mysterie. Keine Magik oder Zeitreise braucht. Ich war hier all along. Ich warte für jemanden, um ein Bild in meinen Gehirn, in eine Suche zu schieben, um den Power-Button zu schieben. Ha! Verrückt. Aha! Also... Jetzt verstehe ich. Also wir sind zu diesem Arzt gegangen, haben ja im Prinzip diesen Gehirn-Scan gemacht und davon wurde ein Bild gemacht und wir sind wirklich jetzt diese Maschine. Wir sind jetzt ein Abbild unseres Gehirns und zufälligerweise, 100 Jahre später, wurden wir aus irgendwelchen Gründen aktiviert. Das menschliche Ich gibt's gar nicht mehr. Wir existieren schon seit 100 Jahren oder so nicht mehr. Aber wir dachten, wir hätten einen Zeitsprung gemacht, weil wir erst 100 Jahre später wieder aufgewacht sind, also unser Gehirn-Scan. Und der wurde ja im 2. Mai gemacht. Faszinierend. Jetzt gibt alles ein bisschen Sinn. Boah, nicht schlecht. Wir werden dir jedes Wochenende aufhören. So können wir den Plan, wenn man braucht. Aha, ok. Jetzt haben wir hier den Juni. Das Modell war Sound. Es sollte funktioniert haben. Es ist nicht deine Schuld, David. Ich wünsche mir wirklich, dass Dinge anders aussehen würden. Ja, ich auch. Ich sollte dich zu retten. Hey, du hast mein Gehirn auf dem Filme. Vielleicht kannst du es in ein paar Gehirn-Scan. Ja, wer weiß. Du bist okay mit dem? Es benutzt für meine Forschung? Natürlich. Es ist wie eine Teil von mir живet, oder so. Wie ein Organs-Scan. Du wißt du, was zu sterben ist? Was? Der Crash. Alles bis jetzt. Der Gehirn-Scan. Ihr euch. Alles. Das hat meine Leben so viel mehr real. Alles. Ich habe angefangen, alle Dinge zu tun. Ich habe nie mehr gefühlt, dass ich lebend bin. All diese Hoffnung... Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wir sind dann wahrscheinlich ziemlich bald gestorben. Schon krass. Diese Vorstellung ist eigentlich gar nicht mal so abwegig. Okay, was haben wir denn hier? Fehlerbehebung. Fehler, gut. Keine Verbindung zum Hauptrechner. Bitte setzen Sie den Ruder im unteren Computerraum zurück, oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Ich glaube in dem Raum waren wir schon. Nur da ist jetzt, äh, ein Monster unterwegs. Yay! Äh, Strafke? Komm in. Ich brauche Hilfe in der Lab. Der Scan-Rum. Was ist passiert? Konrad hat sich selbst nach dem Scan-Rum. Jesus! Wie? Ähm, Nasertool? Was soll ich machen? Ich brauche Stromweir zu sagen. Nein, bitte! Ich bin so nah. Stromweir wird das ARC-Projekt verhören. Es ist nicht meine Schuld, dass die Leute sich immer töten. Katharine, was soll ich tun? Es ist nicht so, dass du ein 300-Lb-Ber-Ber aus dem Laben auslösen kannst. Ich weiß. Katharine, bist du okay? Ich bin nicht so nah. Okay. Wer bist du denn? Kannst du mir noch was erzählen? Nee. Ja. Ja. Wir sind eigentlich am Ende der Folge. Und, ähm... Hier können wir Knöpfchen drücken. Aha. Werden wir alles ausprobieren. Aber, das probieren wir in der nächsten Folge aus. Was man hier noch machen kann. Ja. Und wie wir da mit dem Monster da unten klarkommen sollen. Vielleicht ist es auch gar kein Monster. Vielleicht ist es voll lieb. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ein bisschen bange habe ich schon dem Monster da näher zu kommen. Haha. Aber vielleicht wären wir ja beste Freunde. Mal schauen. Also, danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch nur einen schönen Abend und, ähm, ja... Ähm, ruhige Nächte und Schlaf. Ciao, ciao.